Benutze ich das? Ja, ich bin da, ich bin da. Wir haben gleich viel Leben wieder. Ach, ich sollte nicht mal so weit vorrennen. Ach, passt schon. Das handelt mir immer ein Schlag ein. Komm hier. Der wird mit mir getrunken. Toll. Nein. Oh. Zwei von denen. Ich hab's gesehen. Hast du das gesehen, ey? Nein, hab ich nicht gesehen. Müsst ihr zurückspulen? Was ich gerade gemacht hab? Da ist schon wieder einer. Das ist der gleiche. Der ist nur nach vorne gefahren. Oh, nicht das jetzt? Egal. Weil du besser klarkommst, so. Alles klar. Außenbild. Oh. Hast du einen überlebt? Wow. Ja, dumm, ey. Ey, ich bin da nicht mehr ausgelegt. Das ist doch doof. Das ist doch doof. Ich kann auch ein Problem bekommen. Hier, denk. Hoop. Hoop. Das ist die Woche. Das gibt's nicht. Oh, das ist der Gegner. Schade. Nee, den nehme ich nicht. Ne, wir dich nie haben. Was schlechte ihr wollen? Langen. Ah, finde ich auch, ne? Was ist los? Ach. Boah. Dürfen natürlich nicht fehlen. Boah, was ist denn hier? Jetzt sind die auch noch Messer. Hallo? Was macht ihr mit mir? Was macht ihr mit mir? Was macht ihr mit mir? Boah. Er lebt noch. Ja, der kommt jetzt hier nicht mal raus aus der Hölle. Boah, der, der kam angestürmt. mit seinem geilen Schal. Da, hast du gesehen? Robert Punch. Ja. Wop, bam. Wop, bam. Alter, nicht mit mir, nicht mit mir. Zum Mondballern. Ja. Oh, da lebt noch einer. Ey, Junge. Ey, Junge. Geht doch. Junge. Boah. Also, die können fliegen. Wieso fliegen sie nicht einfach über den Steg? Die wollten Spaß haben. Ich glaube auch. Deswegen laufen die. Und wieder ein Steg, weil wir haben ja nicht genug. Das ist ein Boot. Boah, das ist, äh... Das ist der Hulk. Ja, der Hulk, ey, mit... allen drum und dran. Mit Dreadlocks. Echt, ey, und na... Och, ey, du bist schneller als ich. Tja. Boah, wieviel Leben. Jetzt komm ich. Warum... Sag ich da eigentlich irgendwas? Ich hör nichts. Ne. Wie, warum sagst du hier Strike for Freedom? Tja, weil... Vor allem nichts zu sagen. Na super, ey. Untergott. Ey, oh, der Hulk ist nicht mehr... Bist du ne Lakai. Mach mal nur Mercy an den. Ja, warte. Sag auf. Nein. Was? Ey, der gibt mir. Oh, oh. Ey, was macht der denn für Attacken? Der springt nur rum. Ich muss mal kurz vom Head-Z-Sichten. Ah! Mach den nur fertig! Mit meinem Leben. Weil du hast mehr Leben als ich. Wom soll ich das machen? Weil ich glaub man Head-Z-Sichten muss. Der ist doch immer doof. Ja, gut. Ja, gut. Ja, toll. Mit Fennig. No, bei. Wir haben Jung gebracht. Ah! Ja, komm. So. Was? Achso, ich dachte. Aber noch mal ins Bild. You poor excuse for easily. Was denn? Da stand Mutant vorher. Achso! Oh, er ist voll... Das ist voll Slapstick. Affen. Mit Sixpacks, was das denn? Boah, übel. Durchtrainierte Affen, ey. Das sieht ja geil. Froschmänner. Froschmänner. Die waren doch, glaub ich, hart, wenn ich mich noch recht entsinne. Ja, jetzt noch nicht. Wadab. Oh, sieben. Boah, 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 boah. Du schl没 rock uffstehst ja. Hup, boah boah. Ja, da find ich auch krass. Können die nicht werfen, die kleinen? Ohhh. Das ist gar nicht mehr. Fight for freedom. Nein, das meine ich, das meine ich. Boah, scheiße. Scheiße ist das, ja? Lame ist das. Wo? Ja, ist klar. Oh, 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 oh. Ist klar, ey. Megaton Punch. No mercy. No mercy. Der lebt noch! Jetzt nicht mehr. Doch. Okay, bei der nächsten Welle werde ich wieder meine Dings benutzen. Ja. Jetzt. Gut. So. Das war so... Klar! Nein! Kommt wieder! Sonic Blast Man, ich brauche dich! Ah! Das meine ich an denen. Was? Das ist easy. Easy, Eddie. Ah! Ah! Oh, da hat er schon... Oh, das war irgendwie nicht. Ja, mit dem PC. PC? PC nennt er das? Was? Was ist denn los? Gameboy oder was? Was ich Radio nenne, ey. Das nennt er PC. In deiner Welt möchte ich nicht leben, denk. Warum nicht? Oh, den hab ich gegeben. Da lebt noch. Okay. Oh! Was? Hä? Ist klar, wir gucken zu. Oh, die Vier. Ist nett. Ich kenn die's alles nicht mehr. Ich kenn die noch und das reicht mir. Okay. Wie hart? Nutzt das Zeug! Ich benutze mein Zeug. Gut. Okay. Die laufen ganz cool weiter. Ja. Nichts passiert. Ne, ist auch nichts passiert. Da kommen noch mehr von. Ach, stimmt. Jetzt weiß ich wieder doch, du hast echt. Das waren diese Höhlenbewohner. Nein, du hattest doch noch drei. Ich weiß. Ich glaub, wir haben uns schon wieder zu erheblich benommen am Anfang. Meinst du? Dass sie gesagt haben, so... Meinst du? Aber ich schaffe das trotzdem, oder? Ich glaub schon, naja. Also, wir haben ja erst ein Continue verloren. Ja. Wir sind ja doch schon sehr weit. Patsch! Ja, lass die Scheiße mit der Säule da. Wir sind ja gerade am Banker mit dieser Säule. Oh! Wo da auch dieses eine einen Level. Wenn man nicht wieder sieht. Banker? Tachino Banker! Goh Hei Gank, 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 Gank. Keine Ahnung, Mann! Das war noch Zeiten. Das war noch Zeiten, ey! Das war noch Zeiten, ey! Das war noch Zeiten, ey! Komm, Hit! Komm, Hit! Komm, mir schon ewig lang her, dass es... Ja. Da war's der November? ja ich wollte auch klapp machen weil die nerven nur die nerven wirklich können wir die nicht so schnell abservieren das ist das schlimmste hier an dem Level Deine Attacken ziehen voll ab Gäste sein Monster ja Oh neue Blast-Power Boah so viel! 5 Stück ey! Scheiße Dech! Scheiße! Oh mein Gott Fight for Freedom Ich weiß nicht über den Nerven, wollte ich gerade sagen, mach lieber noch einmal Ich will nichts riskieren ab in die geheime Forschungsstation Wie viele Levels hat hier gespielt? Ich weiß es nicht Ich glaub am Ende sind wir irgendwo im Weltraumstation, das weiß ich nicht Ja das weiß ich auch noch Hm hm Idiot, you let me You, oh da steht der Outlet, you're useless Oh dein Englisches so voll vorweigend Ja Ich hab dir jedes Mal gesagt, üben, üben, üben Dann liest du vor, ich kann nicht so schnell und dann nur hier Nun liest du das vor, zu strafe Oh mein Gott Bloß als Sonic Ahhhh Toll 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 Kann man nicht packen, ne? Guck mal wie fett er ist Oh du sagst Zeug Ist ja gut Ist ja gut Boah wie ein Gips ey Boah wie ein Gips ey Ja Und dann noch Feuer auf mich Danke Bitte Der ist easy Hast recht Boah Komm Boah Boah Was, was? Das war ja miesig, das wäre schon vorbei Da war nur der Schausstier Ja Boah Wie mies ist das denn? Oh Junge ey, jetzt, egal, komm wer Kann ich seit Schweden, man Klar Sehe ich, wie er nutzt kann Ja, das ist doof Wie, ich sitz auch falsch Ich setz mich jetzt richtig hin, dann ist Ende Stimmt, ich sitz auch falsch Die ganze Zeit schon Ja Oh komm, wir haben ihn schon auf gelbe Ja Pfff Ja 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 Boah Wie wenig das abzieht Ja, das war mal das Megaton Punch Wuuu Waaats So, jetzt komm Waaaats Waaats Was, Waaat, ey, ey Waaat, ey Das ist vo' die Lulatsch Makiert die von den Dicken Waaats 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 Oaaaat Will noch einer, wat dir? Ich denke nicht Waaat Waaat der BFL Vita information und und schnell erweitert die Kiefer mannt und erst vor und bei der Orten als letztes Leben weil er mal das Spiel war auch mit dem Flugzeug was noch so wie zum Flieger geflogen da musste schießen erlenken das auch so ein Spiel beim Born als Geisel oder so und du hast keine Blast-Power die Lujan ich weiß nicht draufheden Schicht aus Oberst und die Clowns selbst hier am Weltraum es wird und die auch in die Frösche Macher hey aber die Ziffer nicht abhängen ich kann nicht boxen aber guck mal wie nicht abziehen ja das ist doch gut Böhm Böhm überfliegen sie rum ne das was ich mir gefallen Böhm Böhm es geht doch hier oder hinten oh je 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 ne wofür waren jetzt hin ich glaub ach die kommt vielleicht ja wie komisch stimmt nein nicht zu neun nein nein hallo hallo was macht ihr mit mir Böhm 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 ich glaube schon ne das waren Klatscher oder weiß ich ja nicht die anderen so komischen Namen was Güllekühen kenn ich ja Güllekühen Hüttchen Prozent nimm du das war großzügig ach guck mal wie loyal ich bin großzügig fliegen nimm 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 so war verletzt ja oh mein Gott Worte ach hier hier so Doppelgänger ja dann gehen wir nicht in den Straf von dem Teil das hat da gar nichts mit zu tun nö voll nicht und wieso kommt kein Doppelgänger von mir ähm weil ich cooler bin mhm ist klar was macht der ist der doof kannst du das Zeil kaputt machen ja mach noch mehr von ihm ha 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 willst du verarschen Deck ich will versuchen das Ding zu erstören da ich hab's erwischt da kommen nur zwei er hat's voll gebeschafft so geht nicht mehr mit wir haben gegen uns und so hallo da wäre auch einer von dir gekommen zumal mehr mehr von mir bei mir kommt auch noch einer da ich hab's erwischt boah boah ich hab's erwischt nein äh ey können wir einfach vielleicht weiter ne kann man nicht das ist ein Boss Junge das ist doch kein Boss ey ich steh grad wie so ein Dumbatz hier ja da ist schon da so ey macht mehr Gegner für mich aah wir werden mal mächtiger mit hier boah ja oh dank mir ja die beiden abgelegen wenn du das verstehen kannst du hast auf Video das ist nicht klar ne trotzdem du 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 wieso kann ich nicht ich kann nicht mehr die wegkicken so Anouf hä? hab ich schon verstanden ja nein hab ich nicht Nuff Nuff ha 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 das ist doch oh Leben bekommen schön nicht gut oh man boah hallo der darf nicht der darf nicht der darf nicht ja der der Springer da und der auch hier wenn er dann oh weg wo ist denn die Mange haben die jetzt nur noch die verdient ich wie gut ich bin genau das ist das ist auch gut ich lobe von mir die Entscheidung aber wohl steht Prozent kommt jetzt wenn die abseiliert und was Thomas was machst du denn auf dem Knopf welchen Knopf auf X wenn du den kreifst ich werf den weg sicher? ne das toll jetzt nur hier teste werde ich sterbe jetzt ich nicht ich kann mich noch weil du kannst na klar yeah das war gut ja klar die 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 oder auch der Zeit hat sein meine Koffer an Punkt hier Fakiru Fakiru Römer ist es ist das ist ein dickes Thomas ich muss das jetzt durchziehen oder was ja klar, hast du dich selber aufgehört, nicht Na gut, No mercy No mercy Das war das Würstchen, No mercy Bööö, wer wird denn so? Der kann nix, guck mal, der kann wirklich nix Den kann er nicht jetzt auch? Ja, er hat nix, sagt er No mercy Das war's Weiß ich Schädel eingeschleimt mit dem letzten Schlag König Arthus Thron Ah, jetzt kommt der letzte Boss Ja? Ja Wo weißt du das? Ich hab's, ich fühl's in meinen Knochen Ah, die Erde Ihr hattet doch wirklich zwei Formen oder sowas, ne? Prepare to say goodbye Oh Was zum What? Hey! No mercy Hallo Er kann nix Er kann aber nicht, wenn ich mit dem Falle Oh, lame Er kann nix, ey, du weißt, ob er sie Du weißt sie einfach aus, ey, ich werde Ah Bam No mercy Ich glaub doch, dass das der End-Boss ist, weil wir haben uns dann auf einmal gewundert, dass das Ende war Er hat aber mehr Form, mehr als der Form Ja, das glaub ich Nein! Er ist ausgewicht Sag Jetzt siehst du Bam Super Saiyan Super Saiyan Löwe, ey Soll ich mal den anderen zeigen? Ja, mach mal Wie geht das nochmal? Wie geht das nochmal? Ja, jetzt? Vielleicht so links Captain Julia Da ist er, der Dicke Hm Der ist so scheiße lahm Weil Der kann geile Attackenwarte Boah Und Boah, krass Der Iron Man Style ist das Ey, der ist, der ist ungemütlich, muss ich sagen Ja, der ist Ah, der war gut Hi Zack Hi Oh, oh, oh No mercy No mercy Wo hast du gesehen? No mercy Hier Also, jetzt hab ich den hier Nein, doch nicht No mercy Oh, dritte Form Ja Hatte sonst nichts zu tun, der Typ No mercy No mercy No mercy No mercy No mercy No mercy Da bin ich doch noch weibig Oh, ey, Captain Shoya, du bist so scheiße Wie soll ich den gedoppen? Fight for freedom Fight for freedom Fight for freedom Oh Ich freue mich, wie viel Energie der hat, ne? Ja, das ist übel Also, wir haben den, was er sagt, nichts zu tun Ey, wenn du das benutzt, sagst du n nichts Was denn? Oh 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 gut ist und gut ist und das ist ja so gut in den neuen Gutes auch noch was sie zufrieden 1 du bist das ist der Koppel da war er Gipton Jürgen gewonnen das war es noch nicht so dass das oh mein Gott Schweineleber Schlecker T T um an der Welt oder ist das auch der Letzte die geben aber ganz schön was zum so schick damit war wohl doch nicht der letzte ja ich bin selber jetzt gerade verwundert was ist ab klein schweiner hallo vielleicht ist was der letzte und wir müssen jetzt nur noch fliehen ach direkt direkt sagt er hallo das spiel kann auch ein bisschen mehr story haben das heißt dass wir jetzt fliehen müssen ähm yeah diese springdinger ja die kotzen mich an so jetzt reicht es reicht hallo so so der ist einfach ja so 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 okay einer das Evo ich verarschen wir haben Pant das ist ein ganzes das ist ein Nommens die Käpt'n hier ist das scheiße Mörschen die Städte wird mit ihm weiter stehen dass das Witzige Du wolltest den nur zeigen und das ist der Dank, no mercy Ja Das ist, das gefällt mir jetzt auch gerade erst aus Boah No mercy Ja, der ist, der ist nicht gut, weil, ich weiß nicht Der ist zu langsam Ja, der suckt, no mercy Und du denkst, wie Sonja, wie schnell die ist, ey Hm, das gefällt mir nicht Mir auch nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Der kriegt jetzt alles ab, ey, ist mir egal Ja, aber jetzt auch kein Bock auf diesen Typen So So Der das Geht doch Jetzt kommt der jetzt zu Boss Meinst du? Äh Mit Kling Jo Haben wir hier durchgespielt? Ja Oh mein Gott Das ist ne Mischung aus Sonic Blasman und Meister Chuu Aber wie heißt du nochmal? Ich bin Chouja Chouja Das ist der letzte Boss Das ist der letzte Boss Oh du Scheiße Merci Oh Oh Fick dich Undo Hallo Merci sie betrunken wird sauer der ist aber keine Angst ja super er machte Tüter die Welt Lomas da kontinuiert dort Ende Ende das ist das angehen Lomas und der taktisch angehende Taktik ist das ich hier Lomas soweit ich einfach aus ja und dann pack ich ihn Lomas Siehste? Wie rumtänzeln. Ja, das ist sie wieder. No mercy. Oh, easy. Der ist ja leichter als Puma da. Oh. Ich möchte eigentlich nicht mehr sterben. No mercy. So, zweite Form. Kommt da noch eine? Ja klar. Oh. Hä? Das war eine Sequenz. Was ist das denn? Ey Mother Brain. Das zieht nichts ab. Ja, was dann? Das. Hä? Jetzt. Kick. Ja. Den hast du ja nicht. Ich meine, du hast ja gar keine Spezialkraft mehr. Ey Mother Brain. Ah, ich weiß wie es geht. Okay, warte. Nein. Voll das falsche Timing. Ah, ah. Boah, dann mach ich auch sonst nichts. Der wartet einfach. Ich guck mir das gerne an. Ah. Boah, da ist Sonic Blasman in der Schal geplatzt. Der ärmste Gegner der Welt, ey. Das erinnert mich an Black Omen. So von der... Oh, da fliegen wir. Oh. Gangrave. Ne, wie heißt der hier? Nicht Gangrave. Shoya, aber... Wie komm ich auf Gangrave? Da kam ich jetzt drauf, weil die Mero aber irgendwann so geredet hat. Scheiße. Shoya meine ich. Oh. Hast gut gespielt, Tech. Ja, na, ich bin sehr früh gestorben aber sonst. Ja, aber es war... Es war... Es war wieder sehr schnell, ne? Wie lange haben wir jetzt gespielt? 51 Minuten. Krass, das sind dann genau 5 Teile. Ja. Schön. Ja, aber eigentlich gibt es ja nichts zu sagen. Es ist ein cooles Spiel. Es finde ich sehr leicht eigentlich dadurch. Ja. Na, sehr viel Continuous und alles. See you later. See you later. Ja. Also, sehr cool, Sonic Blast Band spielt das mal. Macht Spaß. Genau. Also, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.